Liebe Piratenpartei, wir feiern heute einen runden Geburtstag. Du wirst 15 Jahre alt. Mir war es leider nicht vergönnt, damals dabei zu sein, aber ich freue mich, dass es immer noch viele Piraten gibt, die uns seit der ersten Stunde begleiten. Seit der Stunde, als die Piratenpartei Deutschland aus der internationalen Piratenbewegung geboren wurde. Eine Piratenbewegung nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und auch heute sind wir in Europa in drei Landesparlamenten vertreten und zwei europäische Piratenparteien sitzen im Europaparlament. Dazu kommen viele unzählige Piraten, die in kommunalen Parlamenten sitzen und dort eine Politik von Menschen für Menschen machen. Für die Selbstbestimmtheit, heute und in Zukunft, dass wir so sein können, wie wir wollen, ein Leben in Freiheit, Würde und Teilhabe. Wir sind eine Partei der Informationsgesellschaft und es gibt meiner Meinung nach keine andere Partei in diesem Jahrtausend, die so konsequent für den Sozialliberalismus auftritt. Dafür, die sich für Freiheit und Selbstbestimmtheit einsetzt, genauso wie für die Verantwortung, die damit einhergeht. Denn wir wissen, dass Freiheit nur mit sozialer Gerechtigkeit funktionieren kann. Die soziale Gerechtigkeit, die sich dafür einsetzt, dass Menschen ein Leben in Würde führen können, auch nach dem anstehenden Strukturwandel, durch den Klimawandel und die Digitalisierung. Mit ihren Auswirkungen auf die Energiepolitik, die Bildungspolitik und auch die Verkehrspolitik. Die sich einsetzt, für Freiheit, für Menschenrechte und die Meinungsfreiheit, für das Recht auf Mitbestimmung bei politischen Entscheidungen und den freien Zugang zu Wissen, der wichtig ist. Nicht nur für die Bildung, sondern eben auch für die Kontrolle von Politikern in der Demokratie. Freies Wissen als die Verlängerung in die Gegenwart von der Aufklärung. Wir sind eine Partei, die positiv in die Zukunft schaut. Weil wir wissen, wir können die Zukunft gestalten. Aber wir können sie nicht nur gestalten, sondern wir müssen sie auch gestalten. Denn viele Entscheidungen und Entwicklungen sind nie alleinig positiv oder negativ. Es braucht immer jemanden, der schaut, bewegen sich die Dinge noch in die richtige Richtung oder muss man vielleicht nachkorrigieren. Aber wir sind optimistisch, dass das machbar ist. Wir sind optimistisch, dass wir dieses Land gestalten können. Dass es möglich ist, die Gesellschaft, der Gesellschaft ein freies Leben zu bieten in Würde und Verantwortung. Liebe Piratenpartei, ich wünsche dir für deinen nächsten Weg alles Gute, dir und deinen Mitgliedern herzlichen Glückwunsch.